Es gibt ein Sportevent, wo alle eigentlich hinwollen. Die Olympischen Spiele und da war Laura nämlich auch schon. Wie wird dich dann? Ist das wirklich so diese Medaille, die du vor Augen hast? Ja, also die Medaille auf jeden Fall auch. Mein Name ist Nils Görke, ich bin Cheftrainer des BKK Mobil Oil Triaktivprojektes. Wir trainieren seit 2013 mit Schülern Triathlon, das heißt Schwimmen, Radfahren und Laufen, versuchen den Kindern spielerisch diese drei Disziplinen beizubringen. Die Kinder lernen, was es bedeutet mit Freude und Spaß beim Sport dabei zu sein, Schwächen auszugleichen. Der eine ist ein besserer Schwimmer, der andere ist ein bisschen besserer Radfahrer. Sicherheit ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Radfahren. Ganz, ganz tolles Projekt, was den Kindern wahnsinnig viel Spaß macht. Wir haben viele Schulen, die schon seit Jahren dabei sind und ich freue mich, jetzt auch schon im sechsten Jahr als Trainer für die Kids verantwortlich zu sein. Ich bin Laura Linnemann, ich bin momentan die erfolgreichste deutsche Triathlete und ich bin seit diesem Jahr die Botschafterin für die Triaktiv Kids. Mit den Kids zu trainieren, war eine tolle Erfahrung, die Kinder haben gut mitgemacht, waren motiviert. Es hat auch mir Spaß gemacht, etwas von meiner Sportart zu vermitteln. Ich denke, das Projekt bringt wirklich was. Triathlon ist eine Sportart, die aus den drei wichtigen Ausdauersportarten besteht. Das Schwimmen, das Radfahren, das Laufen. Alles drei vermittelt eine gute Bewegungskoordination den Kindern, bringt ihnen auch den Alltag weiter. Triathlon bringt Spaß, man ist abwechslungsreich und beim Schwimmen kann man sich abkühlen. Hi, ich laufe, schwimme und Fahrradfahren gut finde und mir bringt es richtig viel Spaß. Eins, zwei, drei, vier!